dass unsere gäste das was sie hier zusammen mit ihnen ansehen vorher nicht gesehen haben habe ich zwar bei jeder party gesagt aber es stimmt tatsächlich auch heute wieder zuschauer post ich muss ihnen nicht im einzelnen die vielen briefe und karten vorlesen meist sind es nur sehr nette und freundliche was ist denn er meint es seien auch andere darunter aber dafür sei das studio zu klein nette kameraleute sehr nette kameraleute bleiben wir bei den freundlichen brief etwas mehr für uns frauen dieses merkwürdige weise in vielen briefen nicht immer nur halbnackte tänzerinnen das ist ja doch nur etwas für männer und wir haben uns das zu herzen genommen es fängt zwar genauso an wie immer um den positiven gegensatz deutlich zu machen aber dann meine damen schauen sie hin die irving davis dancers aus london so so Musik 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 Wir haben Ihnen ohne Übergang gleich unseren nächsten Gast vorgestellt. Es ist Maynard Ferguson, er spielt die alte Duke-Ellington-Melodie Take the A-Train, aber sehen wir erst mal zu. Musik 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 Wir haben ein Stück arrangieren lassen, es heißt Tango Blues, ist eine alte Harry James Melodie, die uns Maynard jetzt mit unseren anderen drei Trompetern vorspielen wird. Die anderen sind also Carmel Jones, Ronnie Simmons und Milo Pavlovich. Und jetzt geht's los. Musik 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 Ja, und hier sind noch einmal unsere heutigen Partygäste. Die Irving Davings-Stanzers. Musik 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 Musik